1, 2, 8, ja. Nach der Pflösung wechsle ich mein Akku. Nach der Pflösung wechsle ich mein Akku. Ein Laptop muss ich vielleicht davon zu. Wenn ich damit arbeite, ich will nicht mehr anstecken. Weil irgendwie hat der Akku letztlich über uns gefunden. Ja, da hast du ja, wo mein Ding war noch. In Meilheim. Da machen wir Kultwürft. Da hat er irgendwie schon ausgeschickt. Das ist ja aus dem Laptop. Okay. Ich weiß, die ersten 3.5 oder waren. Das ist nur ein Teil. Das ist nur ein Teil. sulfate. Und das ist auch das. Das ist auch das. Geht, das ist nicht... Das ist nicht ein Teil. Vielen Dank.